Naja, ne, also meins war es halt nicht, Elden Ring. Meins war es nicht. Das ist wirklich sehr, sehr Geschmackssache. Ähm, mir ging das halt auf den Sack, dass die Idioten es nicht geschafft haben, da die Tastaturbelegung einzublenden und immer ihre blöden Controller-Symbole dort. Also rechts von uns lief eben was, ne? Ziemlich weit weg. Achso, da ist ein Sporn da hinten, ja. Brauchst du, musst vor, ne? Der ist Richtung Sniperhügel gerannt. Achso, in unsere Richtung, auf uns zu? Achso, das war ganz rechts, rechts am See. Ja, ne, da ist ein Sporn da hinten. Aber warum komm ich denn immer zu spät? Wie bei Beutels Mutter, Alter. Da kommt doch immer zu früh, weil die so geil ist. Achso. Sie droppt wie ein Gießlaster. Ne, Mann, Alter, was ist hier schon wieder los? Benji hat angefangen. Das ist der Alkohol, oder was? In die Richtung Skeff-Bude? Dr. Ibel, grüß dich. Ja, wir sind alle an der Skeff-Bude. Wir suchen gerade einen PMC, der ja... Ich komm mal zu dir entgegen. Ich komm mal zu dir entgegen. Oh! Bin uns! Matze! Äh, Beutel! Skeff! Skeff! Ja, ja. Peter. Das sind mehrere. Ein aus Minus? Mist, ich hätte mich nackig machen sollen, Mann. Das ist auch Beutels Mutter, Ohr. Du lässt ja keine Zeit, was? Benji. So spitz wie Rettich und... Gleich... Oh, nee, wir müssen, glaube ich, jetzt ein bisschen... Wo seid ihr? Wir sind Richtung ZB-014. Achso, ich bin ja noch in der Skeff-Hüte. Er bleibt wieder auf der Strecke. Aber die Animationen sehen gut aus, jetzt, wie sie rennen, ne? Gefällt mir gut. Ja, ja. Bin so gut gemacht. Mhm. Ist ja flüssig. Ja. Was ein bisschen komisch ist, wenn du manchmal an einem Regal stehst und dort zum Beispiel was looten willst, was draufliegt, dann wackelt der so komisch. Achso. Wisst ihr wie? Nee. Also... Ist hilfreich oder was? Nee, als ob der den Snap-Point von dem Item nicht bekommt. Ist einer schon im Bunker, ist einer gesprungen? Ich bin gerade unten. Ah, okay. Ja, keine Ahnung. Das habe ich so, glaube ich, auch noch nicht gemerkt. Am Bärsen-User-Camp wird geschossen. Dr. Evil, wie geht's dir? Manchi, du kannst doch gerne runter und looten, wenn du willst. Achso. Ich wollte jetzt mal gucken, ob er immer drin ist. Wer soll denn da drin sein? Meine Mutter oder was? Du kannst wieder die Waffengiste nehmen, Benji. Mach doch. Wir drehen uns brüderlich. Braucht jemand noch hier dieses Cricket? Cricket? Au. Dieses Feuerzeug fürs Hideout? Ähm. Wer braucht das? Wer hat ja gesagt? Benji? Ja, auch. Warte, ich packe es dir wieder in die Tasche. Wovon noch jemand anderes. Wie viel brauchen wir denn da? Eins. Ah, cool. Hab ich vorhin eins gefunden. Was brauchen wir das? Oder ist das? Ja. Was war denn das? Ich glaube, Beleuchtung, oder? Okay. Ah, die Kerzen wahrscheinlich, ne? Na ja, also deine Beleuchtung, deine Lichtanlage, deine Lampen. Ähm. Wo wollen wir denn jetzt hin? Am Anfang sind es ja Katzen. Hm. Richtung Jusik, oder? Der wird gerade geschossen. Hier wollen wir mal zur genauer Beleuchtung. Seegewerk. Wollen wir Seegewerk? Doch, hast recht. Na los. Na los, Seegewerk. Über Checkpoint oder rechts am Fluss? Äh, über Checkpoint. Gut. Die Schrecklau sind da, ja. Wo seid ihr? Äh. Am LKW. Ah, okay. Wir kommen da rechts. Wir rennen jetzt quasi straight, straight rüber. Okay, wir sind dann rechts oben, ich sehe euch. Was? Ja. Lass mal ein bisschen Luft holen, lieber. Ehm, mit auf dem Hügel? Ich? Wo ist denn Klausi? Der rennt gerade über die Straße. Oh, 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 Seegewerke-Section. Ja. Ja, wolltest du da? Ja, ja, vorne, 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 am, äh, weiter die Straße lang ist links, jemand in den Wald gerannt. Möglicherweise ein Skeff. Was ist denn mit dieser... Oh, hier vorne ist auch ein Skeff. Scheiße, 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 scheiße. Ich hab keine Ausdauer los. Ich hab keine Ausdauer. Wo seid denn ihr jetzt? Na, ich bin schon rechts drüben am... Ich lauf jetzt hier zum, zum Dings, ähm... Boah, hier sind zwei! Einer Minus. Okay, zwei Minus. Sorry, Klaus, den musste ich wegnehmen. Okay, ich bin schon drüben auf der anderen Seite, also über die Straße drüber. Ja, wir sind beide über die Straße. Okay. Ja, da ist noch einer, Klaus. Ja, wir sehen, wir sehen. Machen weg. Ich guck die mir mal kurz an. Minus, Minus. Benji, ich gehe zum Ritual Space. Ups. Boah, wieso hat denn Kenor diese MP133? Ich versteh's einmal nicht. Jetzt kauf dir den Mist endlich. Echt, schau, schau, schau nicht. Gibt's ja... Gab's ja jetzt die Tage nicht. Klaus, wenn's du? Du musst, wie gesagt, warten, bis du ja resetet. Nein, Händler reset abwarten. Okay, dann ist hier irgendwer bei mir. Was? Dort, wo wir grad die zwei Skepsis erschossen haben, Klaus. Ja, ich bin auf deiner Seite. Klaus, du kommst ja. Ich bin schon weit weg. Ich bin das nicht schlecht. Ich bin das. Oh, ich hab grad die Factory Keys gefunden, das ist nicht schlecht. Nicht schlecht. Da können wir auf Customs abkürzen. Oh, wer ist vor uns? Ach, das ist Klaus. Alles klar. Wo ist Klaus, Benji? Wo ist der Dreck raus? Ich bin am Sniperhügel. Ah, okay. Ich bin am Sniperhügel weg. Ah, okay. Ich meine, dass ich hier vorne grad hab ein Rennen hören. Okay, wo seid ihr jetzt? Sniperhügel. Dort, wo... Höhe vom Zelt. Zwischen Zelt und geschlossener Halle. Genau. Okay, ich komm rüber. Ich bin jetzt am Checkpoint, am Auto. Mhm. Einer hat ein Daffelbeck geöffnet. Jo. Das wohl war. Der Klaus. Was hab ich denn da gefunden? Master Messer Set oder was ist das? Was? Ja, es hat Spawn... Master, es hat Spawn auch. Ich weiß nicht, was das ist. Guck mal, es geht's. Jetzt hab ich den scheiß Whisky getrunken, Idiot. Ich dachte mir gerade, was plätschert denn da so komisch? Alter. Aber Absicht. Das Geräusch hab ich noch nie gehört, so live. Also jetzt im Raid. Deswegen... Das war auch vom Embercon, ne? Wer rennt von euch einer? Ich renne vor mal zum Zelt. Ich renne jetzt zu euch, zum Sniper-Felsen. Ich bin in der Holzhalle gleich. Oh, hier unten ist einer am Felsen. Das bin ich. Was? Unten am See? Nee, das ist Benji. Nee, am See nicht. Nein, nein. Benji ist am See. Benji, ich hab ne Granate geschmissen. Lauf weg. War nicht in meine Richtung, oder? Warst du hier unten an dem Felsen, am See? Ich bin in der Halle mit den Holzstämmen. Klaus, sag was. Ich werbe Chancen. Da, wo die Waffenkiste ist, am Sniper-Oil immer noch. Ich bin oben am Daffelbeck-Sniper-Felsen. Ja, ja, ich bin unten drunter, unter dir. Ah, ja, ja, genau. Und wo war der, Klaus? Äh, Matze? Wo ist das, Matze? Ist unten am Felsen, am See. Au, 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 ja. Ich bin tot. Ich wusste nicht, wo der ist. Ich komm. Warte, wir kommen. Du warst da von der anderen Seite, oder? Ich geh zu der Halle, wo das ganze Holz liegt. Matze, wo ein bisschen, ah ja. Oh, ich hab ihn. Achtung, Granate weg. Oh, ey, zerreißt mich nicht. Ich bin ja schon halb tot, alter. Okay, Matze, wir covern dich. Benji, sollen wir irgendwas von dir raus holen, saven? Jetzt grad nicht. Guck mal, was ich hab. Nee, was nicht. War das mal eine Granate, die dich zerlegt hat, oder? Nee, das war der Typ. Ich dachte, dass es Matze ist. Ich hab Spiegelverkehrt gedacht. Die Matze ist auf meiner Seite, dachte ich. Ach so. Aber Matze war genau auf der anderen Seite. Ich war da auf dem Weg zum Zelt. Hab ich aber angesagt. Ich war zu konzentriert. Ihr wart so am Quatschen, keiner zuhört von euch. Ja, das kann man so auch so sagen. Ich hab ja dann auch noch versucht, Position durchzureichen. Aber es war ein wildes Gelaber. So, jetzt muss ich mich zusammenflicken. Oh, ich hab noch einen Bruch, sehe ich. Wer hat da gequatscht? Ich nicht. Hier ist ein Scaff irgendwo. Der muss ja übelst nah gewesen sein. Wo ist der? Hast du denn abgeknallt, Beule? Nein! Ich bin doch bei euch hier oberhalb des Felsens irgendwo. Ich bin am Zelt. Ich bin am Zelt. Wer kommt gerannt? Ist das der Scaff? Wer rennt denn da am Zelt? Ich bin das jetzt. Ich krieg den nicht. Der rennt weg. Was ist denn? Dann war das doch der Scaff. Bleib stehen? Ich sage, da oben rennt einer lang. Der rennt immer weiter. Ja! Mach er dann, Mann. Legen um, Beute. Es geht schon wieder drunter und rüber. Und es gibt schon wieder Opfer zu beklagen. Hab ich ihn? Ich weiß es nicht. Ah ja, liegt noch. Quatsch. Klaus, du lebst noch? Ja. Ich kann jetzt wieder klarkucken. Was? Du kannst wieder klarkucken? Was war? Ey, das ist Sturm, Mann. Was? Das ist noch am Ammer gekommen, würde ich sagen, oder? Also mir kam es so, als wäre es jetzt so schräg hinter mir vom Ammer gekommen gekommen. Okay, ich komme jetzt wieder zu euch. Ich muss mich erstmal wieder flicken und dann klippen. Oh, da geht es übelst ab. In dem Steinshaus ist jemand. So weit vorne bist du schon? Mhm. Oh, wir sind immer noch hinten. Ich bin immer noch am flicken. Warte, ich bin das, der hier rennt? Ja, okay. Wieso der nicht tot ist? Ich habe da eine Granate reingepfeffert. Also in welchem Haus bist du? Er ist vorne. Nein, im Steinshaus ist der. Im Steinshaus? Was ist das im Steinshaus? Der Schrank ist da. Das einzige gemauerte Häuschen hier. So ein ganz kleines Häuschen. Das kleine einsame, was als erstes die... Ich bin immer gekommen, ist das. Alter, da geht es aber auch ab. Klaus, bist du das unten an dem Felsen? Nein. Okay, es schießt auf mich und hat mich... Ich bin auch tot. Was? Der im Steinshaus ist aber tot. Ich bin an der Blutung gestorben. Achso. Ja, ich habe ihn. Ich habe ihn. Ah, ich dachte du bist tot, Beutel. Geil. Nein, 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 nein. Der hat mir voll in die Fresse gesch... Bleib am Leben, Junge. Aber da ist irgendwo noch was, ne? Ja, BP-Money ist schon was anderes, ne? Ne, BS oder was... PT. Weißt du, dass ich was drin hab? Ich kann dir nicht mal folgen, ey. Das ist was drin. Der hat einen Kaiman. Pass auf, da waren noch mehr am Schießen dort. Ist ein Kaiman gut, ist besser als ein Eck-Dingsi. Was? Eck-Sphil? Eck-Ack-Ack-Ack-Ack-Ack-Ack-Ack-Ack-Ack-Ack-Ack-Ack-Ack-Ack-Ack-Ack-Ack-Ack-Ack-Ack-Ack-Ack. Oh, der hat auch BP-Money, siehst du? Oh, gut gelootet. Oh, mein Salewa. Schönes Ding. Ich bin tot, scheiße. Das war ein Scaff, oder? Ne, das war ein Spieler, glaub ich. Fuck doch, Mann, mein Salewa. Wo war denn der? Der war da hinten an dem Felsen, wo ich den anderen Typen erschossen hatte. Ich hab zwei Jusex erschossen, hab ich den noch umgelegt? Ach, das waren zwei da unten. Ich verpisse mich jetzt hier. Ja, hau ab, Leute. Ach, das waren... Ja, ja, stimmt, da lagen ja zwei, da hab ich den einen auch. Bestimmt in der Kanade oder so. Mist, ich hab's ja nicht gesehen.